Entschuldige, aber kannst du dich woanders hinsetzen? Das ist der Ehrenplatz. Und für wen? Oh, ehrlich gesagt für meinen Dad. Ich hab ihn nicht gesehen seit acht Jahren. Aber heute kommt er bestimmt. Das muss er sein! Okay, Suze, heute ist der große Tag. Bleib cool. Bleib cool. Postkarte für... Suze. Hey, Großer, ich schaff's dieses Jahr nicht. Zu viel zu tun. Aber nächstes Jahr bestimmt. Dad. Hey, mach dir nichts draus. Nächstes Jahr siehst du dich. Ja, klar. Nächstes Jahr. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna...